herzlich willkommen zurück zu let's play daisy jeden mittag mit josh und moritz hey leute und wir sind immer noch hier am arsch der heile kurz vor cerno in balota bei dem flugfeld und wir haben jetzt den plan gehabt da josh nicht mehr so viel muting hat wollen wir noch mal da reingehen und das hier looten weil wir sind jetzt auf neuen server und ja unser plan ist es dass ich mit meinem waffenvorlauf oder was das vorlauf die vorläufig schon mal tot schieße weil sie uns dann nämlich nicht mehr so siehst du davon haben wir schon den ersten ist er tot ne ne ich beide noch an dem ich soll nicht schießen ne ist zu laut er guckt er hätte auch es ist ein spieler wenn die da hoch der eine ist tot da oben bald so okay weiter geht's um ist er in der reine der hinterher steht noch einer ich bin nicht bekommen von mir aber die nennen bekommen ne 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 egal dann looted du mal schon mal hier oben den turm wenn du oben bist dann bleiben oh bei mir hat es gerade als so ein paar kurz oben stehen leckte ich hier nicht muss kurz mal wie ist manche zu können dem er mal zu glauben ich muss mal kurz neuer zu holen doch traum dem er mal hat sie geil bleibt kurz oben ich bin gerade am neuen tollen weil ich hatte gerade auf einem nur noch 15 es ist aber alles noch live in der aufnahme hier seht ihr die schönen probleme war mit dem der sie selber dass sie immer schön anfangen zu haken blablabla blablabla so als bisher da siehst du hier schon gleich viel besser geht's gewähr vorn na cool ich hab jetzt drei dmr-magazin war das ein zombie siehst du wie wie eiskalt getroffen davor es dauert immer so ewig diese animation bis sie da hoch geht ach hier oben liegt ne akm schon wieder? ja ich hätte auch akm munition aber das reicht so den zombie haben wir auch ich kann sie halt echt nicht mitnehmen ja kein problem mit drei magazinen und drei magazine hab ich noch das wären dann sechs magazine ich bin noch im verbandszeug in dem zombie geworfen zombie wo? da kommen sie wow wo ist der andere? da hinten steht noch einer ja boah das ist scheiße dass ich die akm nicht mitnehmen kann so den haben wir die militär zombie mal kurz lupen ich bräuchte echt erstmal nen rucksack bevor wir so das ist doch schön scheiße hier warte lauf nicht vor oder wenn da sind da keine? ne dann lauf vor doch da ist einer ok warte am besten du auf keinen fall schießen ok ich könnte mit meiner pistole den headshot geben aber das ist so laut deshalb und hier sind die militär zombies was du verfehlt da sprinte nicht ist verrückt soll ich geh zum letzten Blut du wirst ja hier keine Probleme mehr kriegen voraussichtlich ok ich höre hier irgendwo ein zombie voraussichtlich nicht ich höre hier irgendwo ein zombie m9 magazin ach da auf der seite sind die aha na bitches kommt hier nicht rüber mhm 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 das ist ja erstes mit Taschenlampe ich verlasse schon mal wieder das ähm das Lager hier ja das haben wir jetzt mal schnell gelutet und dann können wir jetzt gleich verlässt es da wo wir reingekommen sind ja klar dann komme ich aus dann komme ich den Turm wo ich bin also von außen weil da schieß ich nämlich jetzt ein Militär zu mir ab na dann sehe ich da da er liegt ich glaube hier ist noch einer den muss ich auch kurz da machen ich loote den mal in schön die Headshots verteilen hier Schermleiter dabei so soll ich schon mal zum Flugfeld vorgehen ich würde sagen wir brauchen gar nicht mehr zum Flugfeld oder doch nochmal dahin ah gut aber im Flugfeld da ist es ja nicht so schlimm da kannst du auch ein bisschen ballern aber nicht mit einem Sniper die brauchen wir noch gleich für Cerno wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein dass sie irgendwo spieler rum hier weiß ich nicht Cerno und Elektro groß schon da ne siehst du mich jetzt vielleicht äh ja darf ich dich mal anschießen schieß mich doch ab schießt mich doch ab für noch die Däuser und der na so sieht's aus ich schreibe nicht mehr weiter kann also wenn ich Hilfe brauche so wir sollten um Namen schlechten doch es ist lang und gleich direkt die Hattensorten ist noch gar keine er noch nicht lieben das Baum ist steinens von einer schießen kurz ab alter bisschen Prozent warum Blute ist ich hab dich abgeschossen warum oh Gott weil du bist direkt zwischen ich hab gerade anvisiert direkt auf sein Kopf und irgendwie kann ich nicht so weit gucken und es genau dazwischen gelaufen dem und durchgeschossen hat zwischen Visier und Zürich hat mich angeschossen das ist ein Traum das hatte ich nicht getötet das finde ich gar nicht mal so gut ja okay ich hab dich aber auch ein Bein getroffen ich hab sogar noch grünes Blut das ist so semi-gut oh Gott du hast ein Militär-Zombie ach scheiß die Sprinten hier drin okay den krieg ich aber oh da ist eine Silenzwaffe aber das ist die MP irgendwie MP-Silenz? ja ich sag schon na geil aber die kann ich auch wieder nicht mit mir wo denn? mit zwei Magazinen MP5ST MP5 die ist aber als Hauptwaffe ne? ja ne die nehme ich nicht bescheuert sollte ich die für meine Sniper ausrüsten? ich weiß nein das ist ja was das sind auch nur so wenig Magazine 2 2 ja geht schnell oder rennt grad einen Zornbiffen komm einfach hier rein nicht schießen das ist ja nochmal glimpflich ausgegangen ne? ich komm rein nein schon dass du traurig bist dass du mich äh nur verwundet hast mit dem Schuss was? ja das ist so wenn wir dann wirklich mal gegen Spieler spielen müssen ja das ist so wenn wir dann wirklich mal gegen Spieler spielen müssen ja ich bin Moritz ich hab ja auch nur fast getötet was? ich bin Joschi ich mach Pizzi mit nach äh wann ö ich bin macht er das immer? das machen die immer von denen hast du das hab ich gar nicht wetten wetten hier liegt nochmal die MP Silence wie viel Magazin? ne gar nicht Silence in einem Magazin du musst dich entscheiden AKM Magazin G17 Magazin ich bin jetzt schon in dem Hangar hier drin in diesem Hangar in diesem komischen Tower oh bist du das? ja natürlich oh ha 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 du Mongo wartet ich genau mit Dennis war ich hier oft schon und dann waren wir da und dann so Dennis bist du das auf der Treppe nein und dann war das ein Spieler der jetzt abgeschaffen ich hab zwar noch ein paar Schüsse gelandet aber dann noch mal bald oh das ist so ein Typ neben dir der bedroht dich mit einer Mackerwurf beim nächsten Mal treffe ich mach schon mal was mach schon mal was ok also nach Tscherno ne ja ich finde duft dass man die Magazine nicht so zusammenpappen kann ich habe jetzt zwei Stück die irgendwie jeweils nur drei Schuss haben oder so tja Scheiß gehen die Magazine eigentlich leer? also gehen sie weg wenn sie leer sind mhm aber es gibt immer noch den Bug dass wenn man auf dem neuen Server kommt sie man hat sie wird es ist ziemlich frisch und so folgt ein Mütter zum nicht mehr zuerst den noch schießen ich lenke ihn ab das ist schon wieder ich habe nur einen Schuss in dieser Faffe drin in dem habe ich auch nur einen Schuss drin jetzt habe ich keine Mütter warte ich habe doch noch die ja egal schaffst du den? oder muss ich ok ich bin schon bereit ich habe schon meine Silenced Pistole rausgeholt jetzt muss ich nur noch treffen boah du musst ja nicht 10.000 mal raufschießen wenn das schon tut was hat der schönes? leere Dose na komm na komm ja warte kurz ich muss kurz mal meine Munition bisschen auffrischen hier ich habe so wieder drei Magazine in meinen sind die eigentlich alle voll? das wäre wow die sind alle voll das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja ne hier ist echt so ein Sammelkabel so ein Schlüssel Sonnenlicht warte du kurz? hm ja so dann packe ich mal ein Fleisch nach hinten ein Fleisch und eine Schmerzmittel Packung Gott ich habe voll viel Schmerzmittel sauber, da gehts so wo bist du? du siehst mich nicht doch jetzt die Sonne bläst genau in deinem Punkt die Zuschauer werden dich wahrscheinlich erst jetzt sehen oh da bist du? nein Spaß das wäre ich sehen aus wie ein Noob mit dem Rucksack ich fände ganz geil wenn ich einen Gilly Suit finde ich habe einen Gilly Suit Moritz nicht ich habe nicht das ist ihr das ist euer der Gilly Suit Moritz nicht Assault Backpack ich habe nicht Assault Backpack das ist ein ich habe nicht Assault Backpack hör mir zu ... Gilly Suit das hört sich das nach dem Rucksack an? ne ich hab einen Coyote Coyote Backpack, ja ich bin gleich wieder da ich loote hier schon mal Bambam Bambam so was gibt's denn hier schönes zu looten hier gibt's ein paar Zombies zu töten so, den haben wir down, wo sind die anderen? da ist noch einer ah, daneben schon wieder daneben na, ich hab ihn getroffen down so ich glaub ich schieße hab jetzt immer die Magazine leer bevor ich nachlade und nicht so ein Battlefield nachladen machen uh, die Munition ist fast leer schnell nachladen, ne, ne, ne ich hab drei Schuss abgefeuert das ist voll die Angewunder, das ist voll kacke bei Battlefield, wenn man da drei Schuss abgefeuert hat lädt man nach wo ist es an die Ente gedacht? ja ähm wo bist du denn jetzt? ich bin da reingelaufen wo? rein? rein rein in die Lagerhäuser? ja, dahin aber hier kann man irgendwo rein ist das Problem dabei hier ist ein hier sind zwei Militärzombies zwei Schuss zwei Schuss looten mal mal, bist du jetzt noch am Flugplatz? du bist, wir sind doch eben Richtung solchen Lagerhäuser gegangen da bist du du bist das auch noch, ja, da bist du hier vorne habe ich zwei Militärzombies gelegt gut, haben die was? weiß ich nicht knicklicht leere Dose hinter dir, ja, renn, rein, geh weg, geh weg, geh weg die verfolgen, hm, mich, klar boah, die haben mich beide getroffen echt? das ist Hilfe ok, wie machen wir das jetzt am besten? hm ich hab die angelockt ok jetzt kommt aber der eine noch zu mir, glaub ich ne, kommt der nicht doch, der kommt zu mir ich bin der mit der Mütze so, einen hab ich der hat Schmerzmittel komm bei mir entgegen das ist aber ziemlich unpassend jetzt gerade ja, dann warten wir noch kurz bis wir die Zoms gelegt haben ok danke fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge von Daisy Daisy mit Joschen Moritz